Diese zum Kauf angebotene Elfzimmer-Villa befindet sich in Rheinbach. 2004 wurde dieses Zwei-Etagen-Haus erbaut. Das Gebäude verfügt über eine Einliegerwohnung sowie vier Garagenparkplätze. Es hat neun Schlafzimmer und sechs Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 505 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 301 Quadratmetern auf. Das Haus hat einen Kaufpreis von 780.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen.